Als sie kam, die war so extrem unterkühlt. Heute war plötzlich ein Anruf, dass in einer Nachbarprovinz in Horbingen die Polizei etliche Sanitieren beschlagnahmt hat. Das macht mich eigentlich fassungslos. Warum tut man dem Tier das an? Der Kampf ist definitiv noch nicht verloren. Ich weiß einfach, dass ich diese unmäßige Liebe zu so vielen von den einzelnen Individuen habe, weil da bei fast jedem eine Geschichte dahinter ist und das ist wie meine Familie. 440, dickes Ding. Wir sind ziemlich happy. Der frisst, der kackt. Also es könnte kaum besser sein. Elefant, Tiger und Co. Spezial. Einsatz für bedrohte Arten. Jetzt in der ARD MediaT.